Ja, hey Leute, willkommen zum neuen Video. Ganz kurz gesagt, der Termin für die WWDC 2012 ist bekannt. Das ist dieser, glaube ich, World Wide Developer Program, glaube ich, kann sein, weiß nicht. Auf jeden Fall werden am Juni, 11. bis 15. Juni, für einen Ticketpreis von 1.600 Dollar, also im Prinzip nur der Eintritt. Da werden im Prinzip neue Geräte vorgestellt, Sachen geupdatet, es wird wahrscheinlich ein neuer iMac erwartet oder ein iMac mit neuen Prozessoren, eventuell ein neues iPhone, neue MacBooks, sowas in der Art, soll da stattfinden. Außerdem, um so ein Ticket für... Außerdem, um so ein Ticket für 1.600 Dollar kaufen zu können, müsst ihr... Ja, Teilnehmer bei dem iOS Developer Program sein. Das heißt, ihr müsst ungefähr 180 Euro pro Jahr und 100 Dollar pro Jahr zahlen. Gültig sind die iOS Developer Program und die Mac Developer Program. Da bin ich zufällig Mitglied. Nein, ich werde nicht hinfliegen, ich habe nicht die Kohle dafür, ich habe nicht die Zeit dafür und vor allem in den USA. Alles in allem, der Termin ist bekannt, wir können uns darauf freuen und ja, wir sehen uns beim nächsten Video, was wahrscheinlich die Auflösung meines 100.000 Views special giveaway sein wird. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao Leute. Bis dahin, wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020